ja mein gott ich hatte ich habe halt das am arm ist war gar nicht schlimm ich habe nur ich habe nur ein kleines skalpell verprügelt mit meinem ellenbogen ja entschuldige mal es ist halt so ich hatte eine op warum fragst du denn jetzt andauernd alter ja ich hatte eine op leute ich hatte eine operation ich habe eine operation ja ja bevor ihr fragt aber meine war krasser ich glaube ich nicht in kartoffelbrei ja gute besserung dankeschön kartoffelbrei karten wir brauchen chirurgen sag ich ne betäubung dicker lass stecken mach einfach mal schlärzt mich auf alter schreib ins pfadbuch rein passt so weiter die betäubung gegeben extra viel aber ich wollte das nicht ist halt nicht taub geworden weil ich so krass bin ja leute guckt mich nicht alles so an ich habe immer operation entschuldige mal ich gehe hier nur jetzt macht das aber auch nicht immer so zum thema hier ja muss ja jetzt ist war wirklich keine große sache hinterher es waren auch nur 38 stiche ein halb und die ganzen leute kommen immer ein brauchst du was brauchst du was sehe ich denn aus oder was dass ich was brauche wisst ihr was sich durchgestanden hat das war ein blutbad das war hier niagara fälle alter der hat sich ja so sichtschutz gemacht ja und auf einmal ging es los blutfontänen alter ich bin das war quantana mobile ich wurde mit meinem eigenen blutwort ich geworter bohrig oh scheiße warte mal ich bin fast gestorben kannst du mir mal die schuhe zu was ich ja ich kann das alleine nicht ja auch die leute gucken schon wieder es geht mir um es war krass es war krass der chirurg ja picasso mit dem blutroten pinsel mein körper ist eine leinwand ich lieg da sagt benutzt mich benutzt mich aber es war es war ich kenne dich nicht ich lag da ich habe entspannt ein bisschen ich habe ein bisschen gesungen habe ich im kopf habe ich ein bisschen schon das ist ganz sensibles ökosystem da kannst du dich einfach mit deinen dichtpfoten dran rumröteln jetzt hier bist du wahnsinnig dass sie ja kernspaltung wenn da wenn er hier was dran rüttelt aber ist nicht schlimm in zwei wochen ist dann fäden ziehen so kam es raus hast du sehen können sie es noch mal machen so kam es aus ausgespritzen so blutrot alles hier aus der arzt weiter auch jetzt ja ruhen sie sich mal aus ruhen sie sich mal aus ja und manchmal zwei wochen machen wir ganz ruhig ich bin influenza das influenza leben ist nie vorbei da bist du wirklich 24 7 unter strom ich kann nicht einfach mal pause machen die leute wollen content content kommt von können die jungen blicke der leute die denken auch ich ziehe mir jetzt mit der hose kneifzange an ich werde es den beweis das war kein ding ich habe zum schirm gesagt ich habe da so ein schleimbeutel der macht nerven raus können sie auf ebay verkaufen egal aber machen raus und jetzt jetzt bin ich halt entschuldigen so ich halte gerade monolog oder irgendein vielleicht reibt auch nur irgend so ein kleines bobern ist halt mal film das nicht wenn ich mich hier gerade jetzt in zwei wochen ist dann vorbei da ist dann fäden ziehen aber ich sage eigentlich johnny fäden ziehen brauchst du nicht lass einfach drin wächst sich raus fäden ziehen fäden ziehen was will der mit fäden ziehen das einzige wo fäden ziehen in ordnung ist beim fotzen schlotz kleiner spaß am rande kleiner spaß am rande aber im prinzip im prinzip ist es so sie gucken so brauchen sie hilfe soll ich irgendetwas tragen kein problem ich verstehe auch nicht warum die leute das immer so zum thema machen müssen es ist halt das ist halt eine kleine operation gewesen da muss man jetzt auch nicht so viel drüber reden aber jetzt kommen wir hier an operiert worden ach so ja 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 Doch, das ist gut. Leute, wir haben eine Operation. Oh, ich habe eine Operation. Ich habe eine Operation. Ja, und ich putze mir morgens die Zähne. Es ist doch nicht schlimm. Äh, schonen Sie sich. Alter, das ist fünf Tage her. Ich bin quickfidel. Hä? Was? Wer, 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 was? Wer will mich holen? Wer will mich holen? Das war der andere Ellenbogen. Ah, nee, jetzt hab ich die ganze Scheiße noch. Mach's aus. Mach's aus. ARD Text im Auftrag von Funk